Jetzt zum Beispiel, jetzt können Sie was zusagen, bitte. So, jetzt kommt eine DASCH 8 400, jemals L-Berlin-Maschine, jetzt ist es ja Eurowings, auf dem Flug von Salzburg nach Berlin-Tegel. Danke sehr. Wer den Kopf einzieht, ist die niedrig. Nun habe ich meinen Schnabel voll und fliege zurück zu meinen Kumpels und liefere alles ab. Ich wünsche euch noch was und wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja wieder mal bei uns einschalten. Bis zum nächsten Mal. Prüß Gott. Ach, ihr seid ja immer noch da. Na dann, auf Wiedersehen. Ich muss da meine Maske noch aufsetzen, wo ist denn die? Ich habe ihn mal nicht so schnell, denn sie sind ja jetzt so. Man, es war langsam langsam. Ich habe ihn mal nicht so schnell. Ich habe ihn mal nicht so schnell. Vielen Dank.